Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's sehr gut. Heute reagieren wir gemeinsam auf den GTA 6 Trailer, den allerersten Trailer. Es sieht so aus, als ob noch einige Trailer kommen werden. Wir werden gemeinsam drauf reagieren. Let's go. Oh, Junge, Junge. Ja, 9,12 Millionen Abonnenten, 61 Millionen Aufrufe nach 13 Stunden, Junge. Wenn das mal nicht eine Ansage ist. Lucia, du kennst, warum du hier bist. Schade Glück, ich glaube. Okay, das ist Lucia, wahrscheinlich die Hauptprotagonistin, Protagonistin im Spiel. Ja, ich hab so mitbekommen, dass man eine Frau spielen kann, als auch einen Mann. Wise City. Ich hab grad Gänsehaut. Ich hab mir den Trailer schon reingezogen. Ich hab jetzt noch mal Gänsehaut bekommen. Das ist wirklich geil. Das ist richtig geil. Die ganze Welt redet grad nur von GTA 6. Da sind die ganzen, da sind doch die OGs. Die Gs dürfen nicht fehlen, Mann. GTA ist in Andreas Vibes. Also ich sehe hier ein bisschen kleinen Einfluss aus der echten Welt. Auch dieses Instagram Live gehen und so weiter. Da haben die mit eingebaut. Hier so nach dem Motto Live. Das ist wahrscheinlich so ein Feature irgendwie auch in-game bestimmt. Der einzige Weg, wie wir das durchführen können, ist, indem wir zusammen zusammenhängen. Wir sind ein Team. Trust? Wild. Wild. War das Franklin? Ne, das ist nicht Franklin. Michael? War das Michael? War das Michael? Das ist doch Michael. Trust? Ja, Mann. Das ist Michael. Also Michael wird anscheinend fortgesetzt. Das ist doch Michael. Ne, es gibt ja Franklin, Trevor und Michael. Das ist doch Michael. Trust. Boah. Wild. Wann kommt's? Coming 2025. Ich hab damit gedacht, dass es, damit gerechnet, dass es erst nächstes Jahr kommt. Und, Digga, warum müssen die das so, ach, warum müssen die das so die Länge ziehen? Bringt doch es nächstes Jahr raus. Jetzt kommt es erst 25 raus. Ach, GTA. Anfang 25 sind so eineinhalb Jahre. Ne, vielleicht kommt's auch erst Herbst raus. So wie ich das mitbekommen habe, kamen immer die Spiele so im Herbst raus. Ne, Richtung Winterzeit. Zwei Jahre müssen wir noch warten. Ne, wir haben zehn Jahre gewartet. GTA 5. Diese zwei Jahre können wir noch warten. Ne, das geht.